Amy, du kannst dann auch gerne starten. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung und Jenseits der Werkstätten. Ich bin Amy Syed und habe heute das ganz große Vergnügen, durch die Veranstaltung zu führen. Worum geht es eigentlich? Die UN-Behindertenrechtskonvention hat Deutschland übrigens als eines der letzten Länder 2009 unterschrieben. Und die fordert die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Unternehmen, die mehr als 20 Beschäftigte haben, sind also hierzulande verpflichtet, 5 Prozent der Stellen mit behinderten Menschen zu besetzen. Aber in der Realität helfen diese Vorgaben relativ wenig. Viele Unternehmen entscheiden sich stattdessen für die sogenannte Ausgleichsabgabe. Das führt am Ende dazu, dass Stand 2019 Menschen mit Behinderungen doppelt so häufig arbeitslos wie Menschen ohne sind. Von den erwerbstätigen Menschen mit Behinderungen arbeiten viele in Behindertenwerkstätten, oft ohne Arbeitnehmerstatus oder garantierten Mindestlohn. Das in Deutschland wohlgemerkt. Wir diskutieren heute darüber, was der Arbeitsmarkt heute für Menschen mit Behinderungen bedeutet. Über Arbeit und Bezahlung in Werkstätten, über die Situationen in Unternehmen und auch wie es in anderen europäischen Ländern aussieht. Aber vor allem, was besser werden muss. Hier vor allem die unternehmerischen Handlungen und vor allem, welche politischen Strukturen dafür notwendig sind. Dafür haben wir ganz tolle Gäste eingeladen. Einmal Raoul Krauthausen, Aktivist für Barrierefreiheit und Intrusion. Corinna Rüffer ist Bundestagsabgeordnete der Grünen. Und Nils Dreyer ist Geschäftsführer der Hilfswerft in Bremen. Aber vor allem ist er Projektleiter des Projekts Inklupreneur. Dazu erkläre ich gleich mehr. Ich werde als erstes gleich ein paar Hinweise geben zu unserer Veranstaltung, was sie vielleicht beachten müssen. Dann werde ich einige Fragen erst einzeln an unsere Gäste stellen. Und dann werde ich so ein bisschen auch unsere Gäste zu einer Diskussionsrinde einladen, sie verschiedene Fragen stellen, die sie sich vielleicht auch gegenseitig beantworten können. Und zu guter Letzt werde ich dann Sie bitten, liebe Gäste, Ihre Fragen zu stellen. Wie das funktioniert, erkläre ich gleich. Also fange ich erst mal an mit meinen vielen wichtigen Hinweisen, die ich da für Sie habe. Als erstes, bevor wir starten, noch so ein paar Hinweise in einer eigenen Sache. Die heutige Veranstaltung ist Teil einer Reihe unterschiedlicher Formate. Die Themen des im März erschienenen Sozialatlas der Heinrich-Böll-Stiftung aufgreifen. Der Sozialatlas ist reich an Fakten und Infografiken des Sozialen in Deutschland. Er blickt auf ganz unterschiedliche Themenfelder, den sozialen Zusammenhalt, ebenso wie Sozialstaatlichkeit. Auf die Orte des Sozialen, ebenso wie gesellschaftliche Veränderungen. Auf die Zusammenhänge zwischen Wertschöpfung, ökonomischen Veränderungen, ebenso wie sozialen Veränderungen lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen. Den Link postet Timnitz-Zere gleich, unsere Technikfrau gleich in den Chat. Die Texte des Sozialatlas vermitteln Wissen über Umfang, Organisation und Komplexität von Sozialstaatlichkeit, machen aber auch deutlich, dass die aktuellen Ausprägungen nicht statisch, sondern veränderbar sind und die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen unterliegen. Sie zeigen Debatten und Ideen auf, präsentieren aber nicht die einzige richtige Lösung, also so ein bisschen the solution is restless. Die Lösung verändert sich immer wieder und ist im Grunde genommen unendlich. Sie bieten damit eine gute Grundlage für ergänzende Formate und einzelne Themen gesondert aufgreifen und diskutieren, wie wir es heute tun. Nun, ich freue mich auf jeden Fall auf unsere Veranstaltung heute. Jetzt noch ein paar technische Hinweise. Ja, genau, technische Hinweise für die Diskussionsrunde haben wir folgende Bitte. Teilen Sie uns Ihre Fragen schriftlich über das Q&A-Tool mit, also Frage- und Antwort-Tool. Wenn Sie Ihre Frage persönlich stellen möchten, setzen Sie bitte ein V davor, dann wissen wir, dass wir Sie quasi auf unsere kleine digitale Bühne holen und mit Bild dazu schalten. Denn, ganz wichtig, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und soll dann auch auf Böll.de und auf unserem YouTube-Kanal der Heinrich-Böll-Stiftung öffentlich zur Verfügung stehen. Das heißt, wer also lieber anonym bleiben möchte, schreiben Sie Ihre Fragen einfach ins Q&A. Sie werden dann von unserer Dorothee Schulte-Basta vorgetragen. Alle anderen tun das natürlich auch, aber eben, wer mit Bild dabei sein möchte, dann auf die Bühne geholt werden möchte, dann bitte ein V davor setzen. So, gleich können wir loslegen und haben die ganzen Vorbesprechungen und das Vorgeplänkel hinter uns. Eine ganz kleine Sache noch, Sie würden uns einen ganz großen Gefallen tun, wenn Sie sich im Anschluss noch zwei Minuten Zeit für ein Feedback nehmen. Das geht ganz einfach, Sie müssten am Ende nur den Link anklicken, den Tim Nezere im Chat gleich eingeblendet hat und da ein paar kurze Fragen beantworten. So, vielen Dank erst mal und jetzt können wir starten. Als allererstes möchte ich meine Gäste begrüßen. Sehr schön, dass Sie da sind und dass Sie sich die Zeit bei uns genommen haben. Als erstes Raoul Krauthausen, Aktivist für Barrierefreiheit und Inklusion. Das ist Nils Dreyer, Geschäftsführer der Hilfswerft in Bremen, Gründer des Projekts Inklopreneur, auf das wir gleich noch mehr eingehen. Und ich begrüße ganz herzlich die Dritte im Bunde, Corinna Rüffer, Bundestagsabgeordnete der Grünen und beschäftigt sich in ihrer Arbeit sehr, sehr viel mit Behindertenpolitik. Ich würde als allererstes kurz mit Raoul sprechen. Erst mal vorweg, ich könnte gar nicht alle Projekte, die mit Inklusion zu tun haben, aufzählen, bei denen du irgendwie mit drin bist. Also da würde ich, glaube ich, bis morgens früh hier noch sitzen. Du bist Mitbegründer der SozialheldInnen. Du hast die RealMap ins Leben gerufen. Den Text zum Thema Inklusion in unserem Sozialatlas der Heinrich-Böll-Stiftung, von dem ich in der Einleitung gesprochen habe, hast du aufgeschrieben. Was aber gerade für heute wichtig ist, du bist Mitbegründer des Projekts Job inklusive, wo du ganz bewusst zwischen Unternehmen und ArbeitnehmerInnen oder potenziellen ArbeitnehmerInnen mit Behinderung vermittelst. Wie schätzt du aus deiner Erfahrung heraus die Situation von Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt ein? Also da, glaube ich, muss man unterscheiden. Reden wir über Menschen mit Behinderung, die auf dem ersten Arbeitsmarkt bereits sind oder über jene, die es versuchen? Und das ist sicherlich auf beiden Seiten sehr schwierig, nur die Herausforderungen sind unterschiedlicher Natur. Wenn wir jetzt über die Menschen mit Behinderung, die nicht am ersten Arbeitsmarkt sprechen, dann reden wir ja vor allem über jene, die entweder gar keinen Job haben und oder in Werkstätten für behinderte Menschen sitzen und dort in der Regel nicht rauskommen. Was ich interessant finde, und das ist das, was wir mit dem Projekt Job inklusive seit Anfang an versuchen, ist herauszufinden, wo ist eigentlich das schwarze Loch der Bewerbungen, wo man sich quasi hinbewirft, wenn es auf der einen Seite von den BewerberInnen heißt, ich schicke hunderte von Bewerbungen, aber werde nie eingeladen. Und auf der anderen Seite Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes sagen, bei uns bewirbt sich niemand. Irgendwo müsste diese Bewerbungen ja landen. Und wir haben da ein paar Theorien, woran das liegen könnte, dass so etwas passiert. Und ich habe auch noch ein paar traurige Anekdoten von Arbeitsagenturen und Co. Aber ich bin zum Beispiel kein Freund davon, zu sagen, die Industrie oder der allgemeine Arbeitsmarkt hat darauf keine Lust, weil das ist zu einfach. Es gibt noch viele weitere Probleme, zum Beispiel, dass Werkstätten keine intrinsische Motivation haben, behinderte Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu übermitteln oder überführen. Und zweitens, und das ist etwas, woran wir als Organisation auch gerade, wie soll ich mal sagen, sehr stark knabbern, ist die Bürokratie. Und die ist auch ein riesiges Problem in Deutschland. Ich glaube, man muss, glaube ich, differenzieren zwischen genau, was du halt gerade gemeint hast, die Menschen, die schon auf dem ersten Arbeitsmarkt sind und den Werkstätten. Aber wenn Mensch fertig ist mit Schule, egal ob Förderschule oder inklusive Schule, dann kommt nämlich erst mal der große Crew. Was mache ich jetzt und wo werde ich hingeschoben? Kann ich überhaupt eine Ausbildung machen? Oder werde ich am Ende vom Integrationsamt dann doch eher, oder werde ich nicht genommen, was du auch gerade so schön gesagt hast? Bewerbungen, wo landen die überhaupt? Wo siehst du, glaube ich, die Barrieren im Alltag? Also liegt das an den Bildern, in den Köpfen, die diese Situation von Menschen mit Behinderung, die die Situation von Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz prägen? Oder ist es die Jobsuche, was das Problem ist? Also wo genau liegt das Problem? Also wo sind die Barrieren an sich? Also ich habe die Beobachtung gemacht aus meinem eigenen Leben. Einmal, ich war ja selber mal Schüler. Ich hatte das Privileg, an einer Riegelschule gewesen zu sein, zusammen mit Kindern mit und ohne Behinderung unterrichtet zu werden. Und selbst mir hat man damals in der 9. Klasse im Berufsinformationszentrum gesagt, ob ich schon mal was von einer Behindertenwerkstatt gehört hatte. Und ich bin sehr froh, dass meine Eltern von Anfang an mir gesagt haben, lass dir bloß keine Werkstatt einreden, weil ich mich bis heute frage, was eigentlich aus mir geworden wäre, wenn ich diesem Herrn geglaubt hätte, dass die Werkstatt das einzig Richtige für mich ist. Und das heißt, dieser Mann, 50 Jahre alt damals gewesen, wahrscheinlich nicht mehr im Amt, aber dieser Mann und Menschen wie er sitzen immer noch in diesen Strukturen und denken oft nicht weiter als von der Wand bis zur Tapete und gehen dann quasi immer eher so den Weg des geringsten Widerstandes für die Struktur. Der geringste Widerstand, der dann praktisch für behinderte Menschen gleich Werkstatt bedeuten kann. Und als ich dann später beim Rundfunk gearbeitet habe, da war es dann so, dass ich nach vier Jahren gekündigt habe, weil ich mich beruflich weiterentwickeln wollte. Und dann kam die Personalabteilung zu mir. Und also ohne Witz, die Personalabteilung hat zu mir gesagt, Herr Krauthausen, Sie haben ja eine Planstelle für Menschen mit Behinderung. Das heißt, wenn Sie gehen, muss Ihre Stelle ein behinderter Mensch besetzen, sonst verfällt diese Stelle. Und dann haben wir gesagt, ja gut, das ist ja nicht mein Problem. Und dann meinten die, naja, kennen Sie noch jemanden mit Behinderung, der auf Ihre Stelle passt? Und dann habe ich gesagt, sorry, aber ich bin nicht eure Personalabteilung. Ihr müsst halt ausbilden, ihr müsst halt dann Headhunting machen. Warum gehen Sie nicht zum Arbeitsamt, habe ich gefragt. Da gibt es doch wahrscheinlich viele BewerberInnen. Und dann sagte der Originalton zu mir, die von den Arbeitsagenturen, die wollen wir nicht, weil die können ja nichts. Okay. Und das heißt, das Problem ist groß. Ja, nee, aber das macht es auch sehr deutlich. Ich meine, ich erinnere mich selber an meine Zeit, als wir an der Regelschule mal zur Berufsberatung waren, was ja alle tun, so mit 16, 17. Und alle anderen wurden von tollen BerufsberaterInnen beraten. Und zu mir kam dann irgendwer und meinte, was wollen Sie denn mal später werden? Und ich meinte dann Journalistin und er schüttelte dann den Kopf, guckte mitleidig und ließ mich stehen. Also von daher, ich kann sehr gut nachvollziehen, was du da sagst. Ich würde daher auch gerne jetzt mal Nils Dreyer in die Diskussion mit einbringen. Wir haben gerade von Raul Krauthausen so ein bisschen was zu der Situation gehört, auch zu den Bildern im Kopf, zu der Situation von Unternehmen, wie die sich das vorstellen. Du leitest das Projekt Inklopreneur. Und da geht es darum, dass sich Unternehmen sozusagen bewerben können, um von euch gecoacht zu werden. Und im Gegenzug müssen sie sich dann bis 2024 verpflichtend stellen, für Menschen mit Behinderung zu schaffen oder nicht unbedingt zu schaffen, sondern die Menschen mit Behinderung zu besetzen. Und ihr möchtet es zumindest in Berlin und in Bremen bis 2024 schaffen. Ich glaube, 100 Stellen sind das, wenn ich, korrigiere mich, wenn ich da jetzt in totalen Blödsinn rede. Was sind deine Erfahrungen mit den Unternehmen? Also ist es genauso, wie Raul das gerade erklärt hat, sind es die Bilder in den Köpfen, die dir am meisten vielleicht auch so, vielleicht nicht abschrecken, weil sonst würden sie sich ja nicht bei euch bewerben, aber die sie vielleicht ein bisschen vorsichtiger werden lassen. Oder ist es die Angst vor den damit zusammenhängenden Bürokratie-Geschichten, Hilfsmittelbeantragungen etc.? Oder ist es einfach das Gesamtbild, alles zusammen mit Senf, da kommt irgendwie ein Mensch mit Behinderung, ich habe keinen Berührungspunkt, ich weiß nicht, wie ich mit dem umgehen soll. Was ist es denn? Es ist mal vielschichtig natürlich. Wir haben ja eine spezifische Zielgruppe. Wir sprechen ja eher jüngere Organisationen an, also sogenannte Startups und Grownups, also Firmen, die schon im Wachstum sich befinden. Und dort haben wir tatsächlich eher die Situation, dass das Thema Inklusion behinderter Menschen, für die ein blinder Fleck ist. Das heißt, die sind schnell gewachsen und expandiert und mussten natürlich erst mal ein Geschäftsmodell entwickeln, um überhaupt finanziell bestehen zu können. Und wenn dann nicht der Zufall das so wollte, dass jemand im persönlichen Umfeld, in der Familie, im Freundeskreis Menschen mit Behinderung kennt oder Familienmitglied hat, dann haben wir teilweise Situationen, dass wir mit PersonalreferentInnen, Personalleitungen sprechen, von Firmen mit 200 Mitarbeitern, die noch nie Menschen mit Behinderung gegenüber gesessen haben. So, nicht aus bösem Willen und aus böser Absicht, sondern weil es ein blinder Fleck ist. So, und diese von dir am Anfang beschriebene Logik der Ausgleichsabgabe führt halt dazu, dass das gewünschte Verhalten, was wir eigentlich wollen, nämlich dass die UN-Behindertenkonvention eingehalten wird mit dieser 5-Prozent-Quote, durch diesen Sanktionsmechanismus bepreist wird. Und dadurch, dass es einen Preis hat, kann man halt kalkulieren, dass es sich gegebenenfalls nicht lohnt, weil es ja einfacher ist, Geld zu zahlen. Weil Geld zahlen, wissen die Unternehmen, die können einfach in ihrer Budgetplanung sagen, okay, hier die 5 unbesetzten Pflichtarbeitsplätze kosten uns 7.000 Euro, müssen wir uns mit der Thematik nicht auseinandersetzen. So, das ist sozusagen der eine Perspektive. Das andere ist die, dass wir auch lernen in der Projektumsetzung, dass ehrlicherweise die Organisationen oder Institutionen, die dafür verantwortlich sind, Menschen mit Behinderungen in Arbeit zu bringen, also die Agentur für Arbeit wurde ja schon genannt, die Inklusionsintegrationsämter, teilweise auch die Integrationsfachdienste, die sprechen überhaupt nicht die gleiche Sprache der Start-up-Firmen. Das heißt, selbst Firmen, die das wollen, die verstehen sich quasi nicht mit diesen Strukturen und die können diese bürokratischen Prozesse, von denen Raoul schon sprach, die sind einfach nicht mental in der Lage dazu, das zu bestehen. Und wir bieten dann quasi eine Art Übersetzungsleistung an, um zwischen den Systemen zu vermitteln, mit großem Erfolg bisher. Und ich sehe halt in der Start-up-Szene insbesondere eine große Offenheit für das Thema Diversität allgemein. Also Berlin sind ja, wir haben Firmen dabei, da ist Englisch die Firmensprache. Die haben international aufgestellte Teams, wir haben Firmen, die haben gar keine Büros mehr, die arbeiten 100 Prozent im Homeoffice. Das heißt, Diversität ist für die ein hoher Wert und Vielfalt wollen die auch schaffen innerhalb ihrer Mitarbeiterschaft. Nur dadurch, dass das Thema Inklusion behinderter Menschen ein blinder Fleck ist. Man weiß ja nicht, dass man einen blinden Fleck hat, bevor man darauf hingewiesen wird. Das heißt, das war keine böse Absicht. Aber wir zeigen denen jetzt halt auf, da ist noch mehr und da ist auch ein Potenzial an Talenten, was bisher ungenutzt ist und was zu beidseitigen Nutzen und mehr sozialen Zusammenhalt gehoben werden kann. Und ja, daran arbeiten wir. Woran liegt es, dass dieser blinde Fleck existiert? Um jetzt mal bei deinem Beispiel zu bleiben. Also was ist das Problem? Naja, ich habe es, glaube ich, am Anfang schon ausgeführt. Entweder man hat durch Zufall keine Kontakte zu Menschen mit Behinderung in seinem Umfeld oder bei der Arbeit selbst. Oder durch diesen Mechanismus der Ausgleichsabgabe, dass es eben einfacher ist, diese Kröte zu schlucken im Sinne von, wir zahlen ein paar Euros und dann müssen wir uns mit der Thematik nicht auseinandersetzen. Wenn wir jetzt ein einklagbares Recht hätten, wo Unternehmen nicht wüssten, was die Kosten wären, wenn sie es nicht machen, weil es vielleicht über ein Gerichtsverfahren entschieden wird oder auch abhängig ist von der Unternehmensgröße oder der finanziellen Kraft der Unternehmen, dann würde das, glaube ich, anders liegen. Also im Endeffekt ist das eine Mischung aus falsche Motivation, falsche Incentives und die noch nicht vollständig gelebte Inklusion in der Gesellschaft insgesamt. Und ich bin ja nur aus Bremen. Wir sind ja zumindest, was das Schulsystem und die Impfquote betrifft, bundesweit auch mal ganz gut. Aber das trägt sich halt nicht durch die Gesamtgesellschaft. Und auch wenn inklusive Schulsysteme, das dauert ja ein paar Jahre, bis diese Veränderung dann auch am Arbeitsmarkt angekommen ist. Genau, also da ist dann teilweise die Arbeitswelt einfach auch nur ein Spiegelbild von unserer Gesellschaft. Natürlich dann auch spannend, ne? Sorry, ich unterbreche. Es ist wahrscheinlich dann auch spannend, was für ein Aha-Effekt dann am Ende bei den Leuten eintrifft, wenn sie dann merken, was möglich ist. Absolut. Also das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen so diese Geschichte, dass die Behinderung wie so eine Art Schleier über den Menschen liegt und man erst mal nur diesen Schleier sieht. Und dass es aber darum geht, diesen Schleier abzulegen oder hinter den Schleier zu blicken und die Kompetenzen und Fähigkeiten zu erkennen. Und das ist genau dieser Aha-Moment, den wir ja auch als Bestandteil unseres Projektes, das zu erzeugen und die Unternehmen jetzt mal positiv gesagt zu verstören, ist einfach ein wichtiger Bestandteil. Und du bist ja selbst auch Bestandteil dieses Projektes als Mentorin, die uns dabei hilft, auch diese Perspektivenvielfalt einfach aufzumachen, weil es halt nicht dieses eine prototypische Bild vom Mann im Rollstuhl, was vielleicht durch die Medien bei vielen Menschen erzeugt wurde, das ist halt nicht repräsentativ, sondern das ist ja, wir haben ja quasi ein komplettes Spiegelbild der Gesellschaft noch mal innerhalb der Gruppe der Menschen mit Behinderung. Da gibt es ja alles. Und genau das zu erkennen, dass da halt Vielfalt da ist und dass man nicht alles über einen Kamm scheren kann, das machen wir ja mit dir und unseren anderen MentorInnen, um halt auch aufzuzeigen, dass man da nicht mit einer einzigen Lösung alles, alle Fragen beantworten kann, sondern dass es halt eher eine Frage des Mindsets ist und der Kultur, wie eine Organisation Inklusion auch lebt. Und das kann man halt nicht auf Knopfdruck, sondern das muss man selber machen. Absolut. Und jetzt würde ich gerne Corinna Rüffer mal in die Diskussion mit einbringen. Nils hat gerade so schön über die Ausgleichsabgabe gesprochen. Ich meine, die ist ja bestenfalls ein Tool oder sollte ein Gesetz sein, was Menschen mit Behinderung hilft. Und jetzt ist es halt für mich spannend zu erfahren, gerade von Corinna Rüffer, denn ohne sie wären wahrscheinlich nicht so viele Punkte zum Thema Behinderung im Koalitionsvertrag gelandet, wie es am Ende sind. Was kann oder soll Politik besser machen? Ich meine, ganz konkret Ausgleichsabgabe, soll man die erhöhen? Was kann man damit machen? Sollte man vielleicht unsere Gesetzgebung auf Menschen mit Behinderung, die ja schon in vieler Hinsicht manchmal doch schon ein bisschen veraltet ist, finde ich zumindest, kann man da was dran drehen, was ändern? Was würdest du in deiner Idealwelt so wollen? In meinem idealen Bundestag, meinst du? Genau. Das sind zwei unterschiedliche Ebenen, die ich bearbeiten würde. Also zum einen, ich glaube, wenn man sich diesen aktuellen Koalitionsvertrag anschaut, dann stellt man fest, da ist schon relativ viel vergleichsweise zu Inklusionsthemen drin. Jetzt, wenn man aber die Themen gegenüberstellt, sieht man beim Thema Barrierefreiheit, ist da mehr Gehaltvolles drin als beim Thema Arbeitsmarkt. Also bei Barrierefreiheit sind die Gesetze benannt. Es ist benannt, dass die Privaten verpflichtet werden sollen, sich barrierefrei weiterzuentwickeln. Da haben wir genaue Vorstellungen. Beim Arbeitsmarkt ist da weniger. Also das kann man kritisch sehen. Aber es sind so ein paar Punkte dran, die durchaus wichtig sind. Das ist einmal diese vierte Stufe der Ausgleichsabgabe, die eingeführt werden soll. Und wer sich fragt, was sich dahinter verbirgt, es gibt einen total erheblichen Teil. Das sind ungefähr 25 Prozent Unternehmen, die eigentlich beschäftigungspflichtig wären. Das heißt, die haben über 20 Mitarbeiterinnen und werden verpflichtet, mindestens fünf Prozent schwerbehinderte Beschäftigte einzustellen. Die tun das aber gar nicht, also gar nicht, null. Die haben null Beschäftigte mit Schwerbehinderung in ihren eigenen Reihen. Das sind 25 Prozent aller Unternehmen. Das ist also ein Riesenbatzen, ja? Wow. Und also ein Riesenbatzen. Und für die sagen wir, wollen wir eine vierte Stufe der Ausgleichsabgabe einführen, die dann auch Unternehmen spüren. Weil im Moment, das wird ja hier auch angedeutet, ist das so ein bisschen etwas, was man aus der Portokasse bezahlen kann. Da kann man sagen, wir machen uns die Mühe nicht, bezahlen wir halt ein bisschen Kohle in die Ausgleichsabgabe. Wir geben dann noch ein paar Aufträge an Werkstätten für behinderte Menschen und dann sind wir irgendwie fein raus. Und das kann es ja nicht sein. Also deswegen ist diese vierte Stufe ein wichtiger Punkt. Dann sind da so andere Sachen drin, wie zum Beispiel eine Genehmigungsfiktion bei den Integrationsämtern, die ja für die Arbeitsplatzausstattung zuständig sind, unter anderem, was so ein ganz wichtiger Bereich ist. Und da gibt es wenig Personal, keine Ahnung, wenig Incentives, wie du gesagt hast, Nils, sozusagen da schnell die beantragten Leistungen auch zu genehmigen. Da sagt jetzt dieser Koalitionsvertrag, wenn das innerhalb von sechs Wochen nicht passiert, dann gilt der vollständig eingereichte Antrag als genehmigt. Das könnte schon mal ein bisschen weiterhelfen. Großartig. Ja. Das sind, ich finde das auch großartig, aber wenn man es insgesamt betrachtet, muss man immer noch sagen, dass das noch nicht die Game Changer sind. Ja. Also da sind Sachen drin, wie das Budget für Arbeit entbürokratisieren. Das heißt also, dass Leute, die bisher in Werkstätten gearbeitet haben, quasi mit einem Rucksack voll Geld zu Arbeitgebern gehen können, vereinfacht gesagt und sagen, das, was bisher in die Werkstatt geschlossen ist, das bekommst du als ArbeitgeberInnen quasi als Nachteilsausgleich dauerhaft, damit ich die Möglichkeit habe, sozialversicherungspflichtig beschäftigt zu werden. So, das ist immer noch relativ bürokratisch. Es gibt sozusagen von der Höhe her Hürden, also maximal ist sowas wie der Mindestlohn drin. Und das ist gerade im Blick auf Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen, die ja häufig hochqualifiziert sind, sozusagen keine angemessene Höhe. Also da müssen wir weiterkommen. Dann die ganze Frage, persönliches Budget. Also wie kann ich sozusagen an individualisierter Leistung haben? Wie kann ich mir mein eigenes Paket schnüren und so weiter? Da müssen Verbesserungen her. Aber ich glaube, was wir außerdem bräuchten, also diese konkreten Sachen, wo wir wissen, das ist zu tun, die müssen wir machen. Und die sind zum Teil auch so in diesem Koalitionsvertrag sehr ankert. Aber wenn wir uns die riesengroße Frage stellen, wie wollen wir einen inklusiven Arbeitsmarkt gestalten? Wie können wir die Widerstände brechen, die es da gibt? Und also ich bin sicher, dass heute einige Leute zuhören, die nicht unbedingt so begeistert davon sind, wenn wir kritische Töne gegenüber Werkstätten anschlagen. Es sind häufig Werkstattmitarbeitende, Leute, die in Werkstatträten sind und so weiter, die ein Stück weit Angst haben, dass ihnen quasi ihre Sicherheit entzogen wird, die wir mit ins Boot holen müssen, vor allen Dingen die betroffenen Menschen, um dann zu entscheiden, wie können wir diese ganzen Sondersysteme eigentlich weiterentwickeln und hinkommen zu einem inklusiven Arbeitsmarkt, der einerseits Menschen nicht krank macht und andererseits dann eben ausgesondert belässt und sozusagen Rückwege in den allgemeinen Arbeitsmarkt versperrt. Und ich glaube, dafür brauchen wir einen ganz, ganz ernsthaften Prozess, in dem alle Beteiligten auch mit einbezogen werden. Das würde ich mir wünschen, wenn ich den idealen Bundestag vor mir hätte. Und ich hoffe immer noch, dass wir das durchsetzen können in Form einer Enquete-Kommission, die dann aber auch zu konkreten Ergebnissen kommen muss am Ende. Du hast das sehr, sehr schön auch erklärt, was natürlich auch so ein bisschen die Gesetzgebung ein bisschen verändern würde, weil es ist viel in der Gesetzgebung, was immer noch so voraussetzt, behinderte Menschen können wenig. Also alleine die Tatsache, dass ein Unternehmen die Hälfte des Gehalts bezahlt bekommen kann, weil ja der Mensch mit Behinderung weniger kann. Und dann kann er auch noch irgendwie so eine Extraleistung bekommen. Da muss man dann einen Antrag ausfüllen. Da muss der Behinderte sogar selber irgendwie schreiben, was er alles nicht kann, damit sein Arbeitgeber oder seine Arbeitgeberin am Ende das Geld bekommt. Und wo ich mich dann frage, warum muss ich mich da eigentlich so erniedrigen? Also warum muss ich so tun, als ob ich nicht gut genug wäre für diesen Job? Sonst hätte ich ja nicht bekommen. Und ich glaube, was du da gerade ansprichst, ist total wichtig und auch richtig für das Verständnis von Inklusion auf dem Arbeitsmarkt, auf dem ersten Arbeitsmarkt, was mich direkt jetzt zum Thema Werkstätten führt. Du hast es ja schon ein bisschen angesprochen. Und ich würde jetzt gerne so die Runde ein bisschen öffnen. Also das geht jetzt nicht nur an Corinna, sondern auch gerne an euch andere, also an Raul und an Nils. Warum spielen Werkstätten hierzulande überhaupt diese riesige Rolle? Und warum gibt es den Aufschrei eigentlich erst jetzt? Also jetzt mal ganz ehrlich, das sind Arbeitsbedingungen, wo Menschen eigentlich teilweise noch nicht mal ihren Mindestlohn verdienen. Sie haben keinen Arbeitnehmerstatus. Sie sind als Therapiemaßnahme angesiedelt. Und warum kommt der Aufschrei eigentlich erst jetzt? Also wie funktioniert das in einem Land wie Deutschland? Das ist mir bis heute ein Rätsel. Bitte erklär mir das jemand. Wer fängt an zu erklären hier? Ich glaube, wir haben alle was zu sagen. Ich frage das mal Raul. Als erstes frage ich mal Raul. Ich habe es verzichtet. Also ich bin jetzt kein Historiker. Ich habe mir die Sachen jetzt auch natürlich nur selbst angeeignet und selbst erarbeitet durch das Lesen von Literatur, PolitikerInnen mich unterhalten und auch mit Beschäftigten in dem Bereich. Und ich mache schon die Beobachtung, dass in den letzten Jahrzehnten behinderte Menschen einfach systematisch aussortiert wurden und werden, wo es einfach schon auch eher darum geht, die sogenannten Wohlfahrtsstrukturen, Heibe, Werkstätten, Förderkuhlen und so weiter ausgelastet zu wissen, anstatt sich dann gesellschaftlich die Frage zu stellen, wie behinderte Menschen auch in der Mitte der Gesellschaft auch stattfinden können. Und wir argumentieren das ganz gerne dann immer mit dem Schutz der Beschäftigten oder der Betroffenen. Und da irgendwie in der Werkstatt, da werden sie geschont, da werden sie nicht überfordert, da sind sie unter ihresgleichen und so weiter und so fort. Und diese Schutzargumente werden eigentlich benutzt, um die Mehrheitsgesellschaft davor zu schützen, sich strukturell Veränderungen auch zu überlegen und auch strukturelle Veränderungen zu machen. Und weil wenn wir wirklich uns darum sorgen würden als Gesellschaft, wie es Beschäftigten in den Werkstätten, BewohnerInnen in Behinderteneinrichtungen und so weiter geht, dann würden wir viel mehr auf die Missstände auch aufklären und auch viel mehr darüber wissen als Gesellschaft. Das heißt, wir verschieben die Verantwortung und die Problematik eigentlich weg in allen Richtungen. Und in diesen Einrichtungen wird dann sehr oft damit argumentiert und auch gerade, wie auch Corinna Ritter schon gesagt hat, damit argumentiert, dass, also erstmal wird Angst gemacht vor uns, AktivistInnen oder Menschen, die es hinterfragen, von wegen wir wollen, dass die Beschäftigten in den Werkstätten morgen arbeitslos sind. Das haben wir nie gefordert. Keiner aus der Behindertenbewegung fordert, dass wir die Werkstätten ab sofort schließen und morgen alle auf der Straße landen. Das hat niemand von uns gefordert. Das Einzige, was wir fordern, ist, dass diese Werkstätten nicht größer werden dürfen, sondern kleiner werden müssen. Und zwar von Jahr für Jahr. Und dass die frei werdenden Ressourcen und Mittel durch Personal zum Beispiel, aber auch vielleicht durch Freundlichkeiten, dann auch dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt werden sollten. Dass wir bestimmte Maßnahmen vielleicht auch deckeln. Also ein ausgelagertes Arbeitsplatz sollte nicht eine ewige Station bleiben, wo jemand dann zwar bei Volkswagen am Fließband arbeiten darf, direkt mit den nicht behinderten Kolleginnen, aber trotzdem nur den Mindestlohn verdient. Das ist ein Problem. Und diese Ausbeutung muss einfach unterbunden werden und sein. Und auch nur da kann der Gesetzgeber ran. Ich bin, muss ich ehrlich sagen, auch sehr enttäuscht von der SPD in der Hinsicht, die ein Großhilfe-Hinderer von den angesprochenen Vorhaben von Frau Rüffer ist. Weil einfach, vielleicht auch in Form von Ulla Schmidt, die ja sowohl in der SPD sitzt, als auch in den Chefetagen von der Lebenshilfe, da vielleicht auch andere Interessen existieren als wirklich die Interessen der Menschen mit Behinderung. Niemand von uns will, dass die behinderten Menschen arbeitslos sind, aber wir wollen, dass sie alle das verdienen, was ihnen zusteht. Und diese Strukturen, eine Werkstatt, kriegt sehr viel Geld vom Staat. Sie bekommen sehr viel Geld pro Monat vom Staat, dafür, dass sie Menschen mit Behinderung dort beschäftigen. Und dieses Geld kommt aber nicht bei den Betroffenen an, sondern ausschließlich bei nicht behinderten Menschen, die letztendlich dann da mit ihren Mietenzahlen, die Räuser kaufen und Autos fahren, aber eben nicht bei den Betroffenen selbst. Und man spricht in der Behindertenbewegung von sogenannten Plots, also People Living of Disabled, also Nichtbehinderten, die von Behinderung leben, also von behinderten Menschen leben. Und das ist ungefähr so schräg, wie wenn Männer davon leben, dass Frauen die Care-Arbeit machen. Und da ist aber genau das halt das Problem, was ich mich dann auch frage, so von wegen, wie empfinden Menschen mit Behinderungen das? Ich meine, kennst du Menschen, oder wahrscheinlich kennst du Menschen mit Behinderungen, die halt selber in Werkstätten arbeiten? Ich kenne einige, aber mittlerweile gibt es Social Media und denen, denen es stinkt, die sagen es dann auch ziemlich oft, wenn sie wirklich was erreichen wollen. Wie fühlen sich Menschen mit Behinderung in dieser Situation? Weil ich glaube, keiner ist happy, wenn er weiß, dass Volkswagen aufgrund meiner Arbeit im Grunde genommen billige Autos verkaufen kann. Ja, also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich kann von einem ganz konkreten Fall berichten. Wir haben jetzt gerade jemanden bei uns übernommen, aus einer Werkstatt direkt in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Und das war ein ganz schöner bürokratischer Aufwand, der beinahe daran gescheitert wäre, dass die Jobbegleitung, also auch eine Form von Assistenz, ja nicht bezeiht worden wäre von der Behörde, weil die Werkstatt diese Person nicht freigestellt hat. Teilweise auch gegen ihren Willen. Und das hieß dann, ja eigentlich damitlern wir nur Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen, weil die können nämlich alleine auf Toilette gehen. Die, die nicht alleine auf Toilette gehen können, die brauchen ja dann eine Assistenz und die können wir nicht stellen. Und deswegen können sie kein Praktikum machen und deswegen können sie aus dem Praktikum raus nicht an den allgemeinen Arbeitsmarkt das schaffen. Und dann habe ich gefragt, wie geht der denn bei Ihnen auf Toilette? Und dann sagte derjenige, na mit mir, der Chef. Und dann sagte unser Kollege, bei uns geht niemand mit dem Chef auf Toilette. Das ist einfach auch unwürdig. Diese Person hat ein Recht auf Assistenz. Und es darf nicht sein, dass man, nur weil wir das gerade wussten und da vielleicht auch ehrgeizig genug waren, das irgendwie zu erdämpfen, darf das nicht sein, dass selbst für uns das ein halbes Jahr gedauert hat. Boah, das sind, also ich versuche gerade im Kopf klarzukriegen, dass das in Deutschland passiert. Entschuldige bitte, dass ich, eigentlich sollte ich als Moderatorin neutral bleiben, aber das, es fällt mir als Frau mit Behinderung einfach sehr schwer, das zu verdauen, dass das tatsächlich in Deutschland passiert. Vielleicht noch ein Gedanke, der bei mir schon versöhnlicher ist. Ich glaube, was wir als Gesellschaft versäumen, ist, dass behinderte Menschen auch ein Recht auf Ausprobieren haben. Sie haben ein Recht darauf, sich auszuprobieren in anderen Berufen, in anderen Tätigkeiten und nicht nur im Abknibbeln von Folien, von Glasflaschen. Und das ist eine Tätigkeit, die Leute dort machen. Und ob sie es schaffen oder nicht, beim Ausprobieren darin Freude zu finden oder darin aufzugehen oder erfolgreich zu sein, das steht auf einem anderen Blatt, können wir ihnen aber nicht von vornherein letztendlich attestieren, dass das eh nicht klappen wird. Bei mir hieß es auch, ja, Raoul wird kein Abitur schaffen. Mein Abitur war auch nicht besonders gut, aber ich habe ein Abitur geschafft. Ich glaube, das ist aber auch genau das, also ich kriege sehr viele Fragen von Menschen mit Behinderung, gerade auch blinde Menschen, weil ich halt selbst blind bin. Kann ich als blinder Mensch Journalist werden? Kann ich als behinderter Mensch Journalistin werden? Und ich frage dann, ich antworte dann immer, die Frage ist falsch gestellt. Die Frage ist, wie kann ich als behinderter Mensch das und das werden? Und wenn du für dich dann entdeckst, dass es nicht funktioniert, dann hat es halt nicht funktioniert. Aber du kannst nicht erst deine Behinderung vorstellen und sagen, weil es ist irgendwie klar, dass, keine Ahnung, dass du jetzt, Raoul, kein Dachdecker wirst und ich werde auch keine Pilotin und Formel-1-Fahrerin wird auch nichts. Aber die Fragestellung wird oft auch von der Gesellschaft schon so vorgegeben, als ob man als behinderter Mensch Dinge nicht kann. Und das meinte ich halt auch gerade bei den Gesetzesentwürfen. Die zielen halt genau darauf aus. Also behinderte Menschen können weniger. Dann fühlt mich auf eine Frage, die ich gerne da aber auch vielleicht Nils fragen würde. Gibt es denn Positivbeispiele? Also wo funktioniert Inklusion ganz gut im Erwerbsarbeitsbereich? Wenn ich darf, Amy, würde ich auch gerne nochmal Raouls Ausführungen kommentieren. Ja, natürlich, gerne. Zum Thema Werkstatt. Nee, alles gut. Ja. Ich bin ja, ich komme ja jetzt auch aus so einer Unternehmensperspektive, habe jetzt als Unternehmer verschiedene Firmen mit aufgebaut und hatte halt das Glück, sage ich jetzt mal, zufällig einen Menschen mit Behinderung ganz früh in meiner Startup-Historie zu beschäftigen und von ihm viel zu lernen und die ganze Unternehmenskultur mit ihm gemeinsam zu entwickeln und zu prägen und dadurch halt gelebte Inklusion zu erfahren. Und das ganze Thema mit den Werkstätten, ich habe mich da ehrlicherweise immer ein bisschen rausgehalten, weil ich halt sage, wir sind ein Projekt und wir wollen halt praxisnah sein und ich sehe ja, dass Raoul und andere da auf der politischen Ebene für kämpfen, dass sich was ändert. Ich habe natürlich jetzt auch ein paar Berührungspunkte gehabt und mein, also vom Grundsatz ist es natürlich immer so, jedes System reproduziert sich selbst. So, das heißt, das heißt, wir werden ja auch das Steuersystem in Deutschland nie so richtig reformieren können, weil halt einfach zu viele Leute als SteuerberaterInnen davon leben, dass es so ist, wie es ist und unsere Finanzämter haben zigtausende von, also es ist schwierig, bestehende Systeme komplett neu zu denken. So, deshalb frage ich mich immer, wie kommt man von so einer von weg Motivation zu einer Hinzu-Motivation? Und da gibt es tatsächlich jetzt so ein paar Dinge, die auch Raouls Kollegin, die Anne bei Job Inklusive immer wieder promotet, nämlich Job Carving und Job Crafting als zwei Konzepte. Wo man halt sagt, okay, Unternehmen und das machen wir jetzt auch gerade ganz aktiv mit den Firmen, die bei uns mitmachen. Wir schauen uns an, welche Tätigkeitsprofile gibt es innerhalb der Firma und gibt es Teilaufgaben, von denen man einzelne Personen so ein bisschen entlasten kann. Ja, also wiederkehrende, aber trotzdem wichtige Tätigkeiten. Und dann schnitzen wir sozusagen aus diesen Tätigkeiten, die dann eben nicht ein Studium, zehn Jahre Auslandserfahrung und drei Fremdsprachen und was auch immer, was die Leute halt sich gerne immer wünschen von allen BewerberInnen, dass die alles können, sondern dass wir Profile machen auch für Menschen, die aktuell in Werkstätten beschäftigt sind, und damit wir auch, und da kommen wir wieder zu diesem Problem, dass das System sich selbst reproduziert, wir brauchen Erfolgsgeschichten, unter anderem auch für die Eltern der Jugendlichen oder der Menschen, die in diesen Werkstätten sind, die halt auch sagen, Mensch, wenn mein Kind jetzt noch x Jahre durchhält, hat es einen Rentenanspruch und da müssen wir ja nicht mehr für die aufkommen. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber die Motivation ist manchmal falsch und es gibt zu wenig gute Erfolgsgeschichten von Menschen, die es trotzdem geschafft haben. Und diese Erfolgsgeschichten, die muss man schaffen und die, die da sind, müssen dann halt erzählt werden, damit einfach Druck auf das System kommt. Und wir versuchen einerseits jetzt mit den Unternehmen genau zu schauen und das ist so wie Raus sagt, da muss man halt arg für kennenlernen. Weil ich glaube, in Berlin, Raul kennt die Zahlen wahrscheinlich ziemlich genau, aber wir haben tausende von Menschen, die beschäftigt sind in der Werkstatt und dann gibt es einen offiziellen Pool von solchen, die für die Vermittlung sozusagen freigegeben sind und da sind weniger als zehn Menschen drin. Das kann ja nicht sein. Also es kann ja nicht sein, dass von mehreren tausend Menschen nur zehn in der Lage sind, in der freien Wirtschaft zu arbeiten. Und wir haben jetzt tatsächlich genau jetzt bei, keine Ahnung, Kammerkollektiven, ein junges Startup, die sehr innovativ in Tee, Kaffee und Gewürze machen und die haben jetzt halt angefangen, eine eigene Produktion aufzubauen und beschäftigen jetzt schon die ersten zwei Menschen mit Schwerbehinderung und einen davon aus der Werkstatt. Und solche Geschichten, die gibt es schon, die müssen aber häufiger erzählt werden, eben auch von den Medien und auch von den PolitikerInnen und dann werden auch, so wie Raouls Eltern auch mit dafür gesorgt haben, dass dieser Weg nicht gegangen wurde, dass man gegen Widerstände dann halt schaut, was gibt es für Möglichkeiten und ich kann halt sagen, bei den Unternehmen, die bei uns im Moment dabei sind, in Berlin sind es aktuell 25, da kann ich überall meine Hand für ins Feuer legen, dass ich sage, die meinen das ernst und die bewegen sich auch auf die Menschen zu und die sind halt auch gewillt, einen Umweg zu gehen oder mal eine Sonderlösung zu finden, damit es am Ende funktioniert. So und was ganz gut ist, dass die Arbeitsmarktentwicklung uns da so ein bisschen in die Karten spielt. So also es ist jetzt kein Selbstläufer, es wird nichts von alleine passieren, aber es ist auf jeden Fall schon mal so, dass man sagen kann, okay, rein aus der Notwendigkeit heraus, dass ich Menschen, dass ich Mitarbeitende benötige, wird das Thema jetzt noch mal mehr auf die Agenda gesetzt und das ist auf jeden Fall, vielleicht jetzt hört sich ein bisschen komisch an vielleicht, dass es hier erst mal so kommen musste, damit es jetzt ein Thema ist, aber ehrlicherweise ist es dann ja irgendwie auch egal, sondern wir müssen mal gucken, dass wir aus der aktuellen Situation das Beste für alle Beteiligten machen und ich bin da ganz frohen Mutes, dass wir gerade eine gute Entwicklung einschlagen und in den letzten anderthalb Jahren, wo ich mich intensiv damit beschäftige, habe ich jetzt mehr Sachen gesehen, die mich motivieren, als Sachen, die mich demotivieren und das ist ja schon mal was. Da würde ich gerne Corinna noch mal mit in die Fragerunde holen, wie können wir, also ich dachte jetzt gerade auch an die Sichtbarkeit, was Nils gerade gesagt hat, mehr sichtbar machen, mehr Geschichten erzählen. In England läuft es, finde ich, ja so ein bisschen besser, was die politischen Strukturen anbetrifft, aber auch was die Promo anbetrifft und ich sage jetzt bewusst Promo. Also es gab 1996 durch Tony Blair den Disability Act, wo sehr, sehr klar umrissen ist, was diskriminierend ist und was nicht und was geht und was nicht. Das heißt, man kann sehr viele Dinge, viel mehr als hier in Deutschland anklagen, was dazu geführt hat, dass zum Beispiel von der Barrierefreiheit her in Großbritannien, in den großen Städten, wirklich jeder Killefit-Ampelüberweg mit Blindenampeln belegt ist. Es gibt taktile Systeme, es gibt in der BBC fast überall Gebärdendolmetscher, es gibt Rampen fast in jeden Bussen und wenn nicht, werden die Busunternehmen dann erstmal frei hin und her verklagt und müssen Unmengen an Geld zahlen. Würde sowas hier in Deutschland eventuell helfen? Wäre das etwas, was man umsetzen kann oder will? Oder meinst du, ist das der falsche Weg? Nee, also das glaube ich, ist gerade in dem Bereich Barrierefreiheit genau der richtige Weg. Also gesetzliche Verpflichtungen zu schaffen und dann auch verweigerte Leistungen, also man nennt das angemessene Vorkehrungen, also wenn irgendwie ein Bäcker verweigert, eine Rampe für 150 Euro hinzulegen oder so, dann muss man auch die Möglichkeit haben, dem dann rechtlich nachzugehen. Also ich glaube, da brauchen wir sozusagen ein Nachholen der Entwicklung. Wir sehen das in England, aber auch in den USA, wo wir eine Antidiskriminierungstradition haben, ja über viele, viele Jahrzehnte und die haben wir in Deutschland nicht. Wir haben in Deutschland ein paternalistisches System. Das hatte der Raul vorhin ja auch schon mal angedeutet, also indem er gesagt hat, so wenn man sich mit der Geschichte von unseren Förderschulen beschäftigt oder auch mit unseren Wertstätten beschäftigt, dann wird man sehen, dass wir immer versucht haben, Menschen weg zu organisieren und eben nicht in die Mitte unserer Gesellschaft zu holen und eben diese Gesellschaft von den Strukturen her so zu gestalten. und das ist der Sinn von Inklusion, Strukturen ist ein Strukturprinzip, Inklusion. Die Strukturen müssen so sein, dass sie für alle funktionieren und wenn sie das nicht tun, dann muss ich als Betroffener auch die Möglichkeit haben, mich dagegen zu wehren. Und hier in Deutschland hat man sich eben dafür entschieden, Sonderstrukturen zu schaffen und sich dann vorzumachen, dass man goldene Käfige gebaut hat, in denen Menschen das schon gut haben und auch damit zufrieden sind. In Wahrheit ist das eine Demütigung, die wir vielen Leuten antun. Und ich würde auch gerne auf die Frage antworten, wie ist denn das so in deinen Begegnungen, die du hast mit Menschen, die in Werkstätten beschäftigt sind? Ich mache das ja sehr viel und mir passiert es oft, dass ich in Werkstätten komme oder auch von Schülergruppen, also FörderschülerInnen besucht werde und dann auf die Frage, was sind denn eure Perspektiven, die irgendwie mit großen Augen dann reagiert wird, weil diesen Leuten ganz häufig in ihrem Leben diese Frage nicht gestellt worden ist. Und nun haben, also ich habe einen Mitbewohner, der auch blind ist und also der ist Jurist und der leitet eine Abteilung bei einem Finanzamt und so weiter. Aber nun hat der irgendwie zwei akademisch gebildete Eltern, für die von vornherein klar war, dass es nicht zulassen würden, den Sohnen sozusagen auf eine Förderschule gehen zu lassen, sondern die haben ständig dafür gekämpft, dass das eben klappt, mit dem Abitur etc. Aber ganz viele Menschen mit Behinderung und auch solche, die als behindert gelabelt werden, die haben solche starken Elternhäuser eben nicht. Und da werden solche Wege nicht aufgezeichnet. Viele versuchen zu kämpfen, manche geraten sogar in Konflikt mit dem Staat, mit den Jugendämtern, in dem Zweifelsfall dann vielleicht sagen, wenn ihr dagegen kämpft, dass euer Kind irgendwie auf eine Förderschule geht, so geschehen in Rheinland-Pfalz vor nicht allzu langer Zeit, dann entziehen wir euch das Sorgerecht, um eben diesen Förderschulbesuch dann im Zweifelsfall auch durchzusetzen. Und das sind Fälle, die immer wieder auftauchen. Das heißt also, wir können es nicht Einzelnen überlassen, sich da durchzukämpfen, sondern wir brauchen Strukturen, die von vornherein so ausgestaltet sind, dass sie für alle zugänglich sind. Und das soll dann dieses Beispiel auch deutlich machen. Und ich habe den Eindruck, um das auch nochmal positiv zu wenden, es ist die Start-up-Szene, die ich als sehr offen erlebe, aber es sind auch viele ArbeitgeberInnen darüber hinaus, die nicht zuletzt, weil sie sozusagen auf der Suche nach geeigneten Kräften für ihre Unternehmen sind. Also die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist sozusagen umgekehrt prekär, als das vielleicht in den 90er-Jahren gewesen ist. Und man muss irgendwie kreativ sein, um Produktion, Dienstleistungen und so weiter am Markt auch zu halten. Deswegen gibt es durchaus eine große Offenheit. Und es gibt eigentlich auch so gut wie alle Instrumente, die man dafür braucht, eben inklusive Arbeit zu gewährleisten. Aber es ist unheimlich schwierig, dieses Dickest an Leistungen zu durchschauen, die Beratung zu bekommen, die Begleitung zu bekommen, die man braucht. Und deswegen, glaube ich, ist das ein Aspekt, über den man sehr, sehr gut nachdenken muss. Ja, wie kriegen wir sogenannte Inklusionsdienstleister und zwar in der Fläche ausgerollt, damit wir es nicht mehr mit der Situation zu tun haben, wie hier in Berlin, dass sozusagen von Tausenden Zähnen vielleicht den Weg schaffen oder andersrum formuliert, einer, also weniger als einer von 100 aus der Werkstatt rauskommt, sondern dass es Anreize geben muss, gezielt diese Menschen dabei zu unterstützen, den Weg zu finden, den sie sich wünschen und vorstellen. Also was für mich jetzt auch aus der Diskussion ein bisschen hervorgeht, es gibt einerseits natürlich die Unternehmen, die vielleicht lernen müssen, mit Inklusion umzugehen und Inklusion auch zu leben und auf der anderen Seite die behinderten Menschen, die einfach vielleicht auch gar nicht, um mal mit den Worten meines alten Mentors aus früheren Tagen, Peter McDonner zu zitieren, they don't dare to dream, sie wagen es nicht zu träumen, also einfach, weil sie, ja, einfach so strukturell daran gehindert werden, Dinge zu tun, entweder, weil die Eltern vielleicht nicht dafür kämpfen oder sie kämpfen dafür, aber bekommen eher Steine in den Weg geschmissen. Auf der einen Seite würde mich dann interessieren und da würde ich vielleicht auch Nils fragen, meinst du, ist es einfacher für große Unternehmen, Inklusion auch, also, oder gibt es Möglichkeiten auch für große Unternehmen, du hast ja gerade gesagt, du meinst, Startups haben es etwas leichter oder sind da etwas offener, wie kann man vielleicht auch großen Unternehmen helfen, unter die Arme greifen, damit sie es auch können? Ich glaube, also mit den Startups, es ist einfacher, wenn du es früh zum Bestandteil deiner Kultur machst, so meinte ich das, also in einer perfekten Welt würde ich mir wünschen, dass ein Unternehmen, das die 20er-Marke an Mitarbeitern knackt, einen Brief kriegt von dem Inklusionsamt und wo drinsteht, herzlich willkommen, ihr habt 20 Mitarbeiter, wie schön, dass ihr schon so gut gewachsen seid, hier mal unsere Möglichkeiten, wie ihr das Thema Inklusion jetzt mal für euch erschließen könnt, es gibt tolle Projekte, schaut euch x, y, in Club Brunner, Job inklusive und so weiter, gibt ja viele Sachen an, kooperiert mit den Berufsbildungswerken, die bilden Leute aus, so, also das einfach mal so rein kommunikativ würde das schon mal richtig was bringen, so und bei den größeren Organisationen, da ist es dann halt einfach so, wenn die Strukturen schon da sind, dann musst du halt im bisschen kleineren Rahmen dann innerhalb einer Fachabteilung, innerhalb eines spezifischen Bereiches anfangen, so und dann muss sich das Ganze Schritt für Schritt halt ausweiten in die Gesamtorganisation, das heißt, du hast vielleicht dann so typischerweise, was haben wir denn jetzt, wir haben ja auch ein paar größere Firmen dabei, jetzt Kfz-Teile 24 zum Beispiel und die überlegen mit uns jetzt gerade eine inklusive Logistikabteilung aufzubauen, so, das ist ja, das ist ja auch schon mal ganz interessant, da gibt es dann auch schon Beispiele dafür, wie man das erfolgreich machen kann und wenn das Projekt dann gut in der Logistikabteilung funktioniert hat, kann man sich ja dann als nächstes auch die Vertriebsabteilung vornehmen oder das Online-Marketing, so, das heißt, du brauchst dann halt einfach jemanden, der die Verantwortung übernimmt und das Thema vorantreibt, so und wenn das Unternehmen noch klein ist, dann sind es ja meistens die GründerInnen, die GeschäftsführerInnen, die das dann aus einer persönlichen Motivation heraus machen und ich, ich habe, also meine Hoffnung so insgesamt, wenn ich auf die Wirtschaftswelt gucke, ich bin ja jetzt Projektleiter von Inklopreneur und in der Hilfswerft machen wir ja Social Entrepreneurship, also wirkungsorientiertes Unternehmertum und ich habe sowieso den Glaubenssatz, dass es langfristig nur noch Unternehmen geben wird, die neben einem erfolgreichen Geschäftsmodell, mit dem sie Geld verdienen, zusätzlich noch ein Wirkmodell haben, mit dem sie sozial, ökologisch, gesellschaftlichen Nutzen stiften, so und und ich glaube, das Thema Inklusion ist halt einfach mal ein Feld, auch für Organisationen, die jetzt vielleicht nicht so die Produkte erzeugen, die jetzt unbedingt gesellschaftlich benötigt werden, können ja nicht nur Bildungsunternehmen unterwegs sein, dass sie halt über Inklusion halt sagen, okay, wir schaffen gesellschaftlichen Nutzen oder gesellschaftlichen Mehrwert dadurch, dass wir Menschen mit einer Beeinträchtigung oder auch aus anderen marginalisierten Gruppen halt beschäftigen, so, aber da braucht es dann so, ja, Intrapreneure heißt das, glaube ich, also Leute, die innerhalb einer Organisation unternehmerisch denken und handeln und dann halt als Inklupreneur das Thema halt voranbringen und wir sehen das jetzt gerade eben auch bei uns Fröbel, das ist so ein großes Bildungsunternehmen auch, die halt ihre Kindertageseinrichtungen als Organisation inklusiver machen wollen, wir haben die Deutsche Welle auch dabei als Rundfunkanstalt, die, die, glaube ich, schon 5% Quote haben, die hätten aber gerne sieben, aber auch die, ja, für die ist es relevant, so eine Organisation dann intern so ein bisschen zu verstören und Impulse zu setzen, zu sensibilisieren, gerade auch die Führungsebenen dafür, dass Firmen nicht nur dafür da sind, maximal viel Geld zu verdienen, sondern dass Firmen dafür da sind, Veränderungen und Dynamiken zu erzeugen und am besten zum Wohle der Gesellschaft, so und insofern geht das schon auch, man muss halt mehr investieren und man braucht mehr Geduld, bis man Ergebnisse erzielt und da Geduld nicht meine Stärke ist, arbeite ich lieber mit den etwas kleineren Unternehmen, aber da die Großen jetzt immer alle anfragen, habe ich ja zum Glück eine Kollegin, die das ganz gut kann. Ist super. Da muss ich ihn raus. Darf ich vielleicht kurz was dazu sagen, weil ich auch in den Kommentaren jetzt hier in dem Fragen- und Antworten-Bereich schon einige, wie soll ich mal sagen, auf die gehen wir gleich eh ein, also wir beantworten ja gleich die Fragen der Leute. Also es gibt immer wieder die gleichen Bedenken, die wir hören, also sowas wie, ja, aber es kann ja nicht jeder Astronautin werden oder Journalistin mit einer geistigen Behinderung. Also erstmal würde ich sagen, warum eigentlich nicht und zweitens würde ich sagen, ich denke, die Person wird genau wissen, was sie kann und oder was sie nicht kann. Ich wollte auch Astronaut werden. Ich habe verstanden, dass man dafür unglaublich viel lernen muss. Ich bin ein relativ fauler Mensch und zu dieser Erkenntnis bin ich vorher gekommen, bevor ich gemerkt habe, dass mit meiner Behinderung das vielleicht auch nicht ganz so einfach wäre. Moment gibt es übrigens eine Organisation, die versucht, Spain, genau. Genau, es gibt noch viele andere Gründe, warum man Dinge nicht werden will, vielleicht auch. Ja, richtig, absolut. Das heißt, worauf wir aufpassen müssen, ist, dass wir Leute nicht bevormunden, indem wir ihnen sagen, ja, das kannst du aber nicht werden. Und diese Bevormundung lese ich aber auch ständig, wenn gesagt wird, ja, aber wo sind denn hier die Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung in dieser Runde? Ganz ehrlich, das sind keine, auch mir geht es so gut wie gar nicht, sondern der größte Neuzugang in sogenannten Behindertenwerkstätten sind Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das ist der größte Neuzugang. Und wenn wir das Problem mal angehen würden, dann werden wir auf jeden Fall schon viele, viele, viele Schritte weiter. Und ja, wir werden nicht alle Menschen auf einmal sofort aus den Werkstätten rausholen können, aber irgendwann und irgendwo werden wir anfangen müssen. Dieser Whataboutism, dieses Ja, aber was machen wir denn mit denen? Oder Ja, aber die habt ihr auch nicht erwähnt. Die führen am Ende dazu, dass nichts passiert. Absolut. Und ich glaube, Entschuldigung, ich muss dich jetzt mal kurz und ich muss dich kurz unterbrechen, weil ich denke, dass wir da, ich würde da gerne auch, also wenn tatsächlich da, ich sehe leider den Q&A-Pool nicht, aber wenn du, wenn wir, wenn wir tatsächlich darauf eingehen, dann finde ich es gut, wenn du das gleiche auch nochmal in den Fragen sagst. Wenn es tatsächlich eine Frage ist. Ich habe nur jetzt eine Frage als letztes an dich, weil du auch gerade so schön gesagt hast, angeblich kann nicht jeder behinderte Mensch irgendwie Astronautin, Journalistin, Ärztin werden. In England haben die ganz bewusst die Sichtbarkeit damals gefördert. Mit dem Disability Act kam ein Minister ins Amt, David Blunkett, der war blind. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten wie die BBC hat ganz viele JournalistInnen mit allen möglichen Behinderungen eingestellt. Als ich da war mit einer älteren Dame in der Notaufnahme kam ein Arzt im Rollstuhl. Das haben die ganz bewusst gemacht, um einfach auch die Sichtbarkeit nicht nur zu schaffen, guck mal, wir haben hier Menschen mit Behinderungen, sondern aber auch, um anderen Menschen mit Behinderungen Idole zu geben, dass sie für sich auch entscheiden können, warum eigentlich nicht, was du gerade auch sehr schön erwähnt hast. Und das ist, finde ich, auch total wichtig. Wie können wir das? Und ich meine, ich frage jetzt besonders dich, weil du ja auch an den sozialen Medien aktiv bist und so. Wie können wir Menschen mit Behinderungen oder wie können Menschen mit Behinderungen, die vielleicht auch noch die, ja, oder wie können überhaupt Menschen, wie kann man das sichtbarer machen? Also es ist egal, ob jemand was für eine Behinderung der hat und was er macht. Man muss jetzt auch nicht irgendwie der tollste Mensch der Welt sein oder so, aber einfach zeigen, dass man in der Gesellschaft ist und da ist und durchaus Teil hat an diesem Leben und nicht irgendwo ausgegrenzt im Eck sitzt. Ja, also ich habe erstmal ein großes Fragezeichen daran, ob behinderte Menschen Vorbilder sein müssen. Also ist es wirklich die Verantwortung der Mensch mit Behinderung auf Social Media noch mehr zu diesem Thema zu posten. Ne, müssen Sie nicht, ich meine nur zu Ihrem Job, also nur zu dem, was Sie genau wie nicht behindert auch. und deswegen glaube ich, ist der große Hebel immer, und da hat das wahrscheinlich Großbritannien dann genau richtig gemacht, der große Hebel ist immer die Begegnung. Ja, also wenn, wenn wir im Alltag behinderten Menschen nicht begegnen und immer nur das reproduzieren, was wir vom Hörensagen mal aufgeschnappt haben, wie es behinderten Menschen in Deutschland geht, dann wird sich nichts ändern. Wenn aber plötzlich deine Klassenlehrerin eine Behinderung hat oder der Busfahrer oder die Busfahrerin nur einen Arm, dann ändert das was. Dann ändert das was in der Gesellschaft, weil die Leute denken, ja klar, warum nicht? Oder selbst, wenn sie irritiert sind oder was dagegen haben, dann müssen sie es halt im schlimmsten Fall aushalten. ja, also das ist auch nicht so, dass man da irgendwie Mitspracherecht hat, ob man Busfahrerin eine Behinderung haben darf oder nicht. Und diese Begegnung ist, glaube ich, wirklich das A und O und das muss einfach schon super früh anfallen. Absolut. Absolut. Ich denke, wir kommen ganz, ganz nah an die Zeit, wo wir endlich die Fragen von Ihnen und euch beantworten dürfen. Von daher würde ich unsere Dorothee Schulte-Basta, unser Orakel aus dem Off, bitten, mal so mit den Fragen loszulegen, weil dann kann Raul auch mal ein bisschen ausfallen, weil ich fand das total spannend und ich wollte die Fragen nicht schon vorwegnehmen. Ja, ja. Ja, ich fürchte ja fast, hallo auch von meiner Seite, dass wir uns angesichts der Vielzahl von Fragen ein bisschen konzentrieren müssen und wir sehen vielleicht, ob am Ende die Frage nicht doch von Raul schon beantwortet wurde. Ausreichend genug, weil es sind wirklich viele Fragen. Viele sind anonym, nur wenige haben jetzt bisher auch sich mit Namen gemeldet. Wir machen es so, ich starte vielleicht mal mit ein paar Fragen zum Themenkomplex Beratung, Berufsausbildung und während das dann unsere erste Antwortrunde ist von euch dreien, dürften sich dann vielleicht schon mal Monika Labrouillet, ich hoffe, ich spreche das richtig aus und trau die selig für die zweite Runde bereit machen. Die würden wir dann auf die Bühne holen, nur dass Sie das jetzt schon mal frühzeitig wissen. Aber zunächst mal folgende Fragen. Einmal, ob nicht die Beratungslandschaft an sich besser werden muss, von der Berufsberatung in den Schulen bis hin zu Jobcentern und der Bundesagentur. Zum Beispiel Frauen und Mädchen mit Behinderung auch hier müssen das Gefühl haben, dass ihnen die Berufswelt offen steht. Gleichzeitig braucht es auch niedrigschwellige Angebote für Unternehmen, die mit Vorurteilen aufräumt, dass die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung zu kompliziert wird. Also diese niedrigschwellige Beratungsleistung auf beiden Seiten. Und dazu die Frage vielleicht noch auch von Kirsten Diehl, welche Möglichkeiten ihr drei seht bereits in der Berufsausbildung für Menschen mit Behinderung. Denn so schreibt Frau Diehl, die jetzigen Berufsausbildungen passen eben nicht für Menschen mit Behinderung. Diese gehen jahrelang durch ein teures Übergangssystem und landen dann schließlich doch in der Werkstatt. Sie, das vielleicht noch als Kommentar, findet den Ansatz von Nils gut, Berufsprofile zu analysieren. Und ob man das nicht vor diesem Hintergrund passgenaue individuelle Berufsangebote zu konzipieren, also dann auch direkt für ein bestimmtes Unternehmen auszubilden, ob das nicht ein sinnvoller Weg sein könnte. So viel vielleicht an dieser Stelle als erste Runde. Wer möchte denn gerne diese Frage beantworten? Ich würde sagen, die Frage geht eher Nils, ne? Ja, okay, mach mal. Raul, mach mal. Oder du, genau. Ja, ich habe immer schnell, sagen wir mal, Alarmglocken an bei mir, wenn wir anfangen, irgendwas zu entwickeln für die Behinderten, in Anführungsstrichen. Also eine Bekannte von mir, die hat eine Ausbildung zur Informatikkaufbau gemacht und sie hat lange damit gehadert, ob sie das machen soll, weil in der Ausbildungsbeschreibung stand drin, dass man körperlich fit sein soll, weil man viel Computer von A nach B tragen müsse. Und sie hat dann diese Ausbildung gemacht und sie hat eine Herzerkrankung und darf nicht schwer tragen. Und dann hat sie die Ausbildung gemacht und sie musste noch nie in ihrem Leben bisher einen Computer tragen. Einfach auch, weil wir in einem Laptop-Zeitalter leben, wo man vielleicht ein Tablet rumschleppt oder so, aber jetzt nicht irgendwie diese großen Röhrenmonitore mehr. Und das heißt, oft sind Jobbeschreibungen auch falsch und veraltet oder einfach auch verdammt nochmal unnötig, weil wenn ich den Computer nicht tragen kann, dann frage ich halt meinen Kollegen, ob er ihn nicht trägt und dafür bringe ich ihm einen Kaffee. Oder ich habe eine Arbeitsassistenz. Kaffee holen. Und das heißt, manchmal auch die Kirche im Dorf lassen, wenn es um solche Spezialisierungen wieder geht, wenn es um das Thema Behinderung geht, dann vielleicht eher die Frage stellen, und zwar individuell, pro Jahrgang, pro Azubi, was braucht er oder sie? Und wenn, keine Ahnung, wenn du ein Kind hast, hast du auch andere Bedarfe als Azubi, als wenn du kein Kind hast. Und da kann man auch was bekämpfen und streiten, dass es dann vielleicht mehr Zeit geben sollte für Menschen, die alleinerziehend sind in der Ausbildung. Und deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig. Und ich glaube, wir müssen den Leuten, die Ausbildungsberufe anbieten, beziehungsweise Ausbildungen anbieten, auch die Angst davor nehmen, dass nur weil jemand eine Behinderung hat, die Scheiterquote höher ist. Es gibt auch viele Menschen, die Menschen in der Ausbildung abbrechen ohne Behinderung. Und warum dürfen behinderte Menschen nicht auch dieses Recht haben, eine Ausbildung abzubrechen? Ich möchte das gerne ergänzen. Ich habe auf jeden Fall auch eine Ausbildung gemacht, um festzustellen, dass ich definitiv nie in der Bank arbeiten möchte. Also das habe ich dann auch erfolgreich geschafft für den Rest meines Berufslebens. Insofern hat mir die Ausbildung richtig viel gebracht. Ich glaube, dass, also was wir jetzt gerade bei uns versuchen, weil wir haben tatsächlich so ein paar absurde Geschichten in unserem Projekt bisher erfahren. Und zwar, wir kriegen das, dieses schwarze Loch, von dem Raul ganz am Anfang gesprochen. Wir haben viel zu, die Unternehmen haben viel zu wenig Bewerbungen bekommen, bisher auf ihre Stellen. Wenn sich ein Mensch beworben hat, ist er mit 50% Wahrscheinlichkeit zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Und wenn sich die Person, wenn die im Vorstellungsgespräch war, hat sie mit 50% Wahrscheinlichkeit eingestellt worden. So, also was krasse Werte sind, was aber zeigt, wie sehr sich die Unternehmen auf die Bewerber einstellen können. Und ich glaube, wir brauchen ein anderes Verständnis auch davon, was eigentlich Talente sind und Fähigkeiten. Und nicht nur unsere klassischen Berufsausbildungen, die sind schön und gut. Das Duale Ausbildungssystem ist ja ein Exportschlager in Deutschland. Aber es geht ja auch darum, was kann ich und woran habe ich Freude? Und wie ist auch meine Persönlichkeitsstruktur? Und wir versuchen jetzt gerade für uns so eine Art Talentpool aufzubauen, um mehr diesen Fragen Aufmerksamkeit zu widmen, ob eine Person vom, wie sagen wir, Mindset, für das deutsche Wort, von der Einstellung und von den Werten her, Wert ist wahrscheinlich der beste Begriff, halt zu einer Organisation passt. Und dann sagen wir, schauen wir mal, probieren wir es mal aus mit einer Probebeschäftigung, mit einem Praktikum. Und manchmal findet man dann eben zueinander und manchmal auch nicht. Das ist halt das Leben. Also ich, ich muss ja auch viele Dinge ausprobieren, um rauszufinden, was das ist, was ich gut kann. So und das bereichert einen natürlich auch. Und das ist, glaube ich, das, wo wir alle ein bisschen entspannter sein dürfen als Eltern und auch als Arbeitgeber, dass man halt sagt, das ist jetzt ein Versuch wert, das lohnt sich, das auszuprobieren. Und wenn es halt nicht klappt, dann geht aber auch nicht die Welt unter. So und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, da sehr pragmatisch mit zu sein und nicht zu überschätzen, was die Auswirkungen und Konsequenzen von dem Handeln sind. Man kann das wieder korrigieren. So, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich denke, da würde die Frage eigentlich ganz gut beantworten. Ich hoffe zumindest. Dorothee, dann mach mal weiter, was Schönes. Ja, jetzt will ich gar nicht weitermachen, sondern will Frau Labrouillet gerne mit auf die Bühne bitten. Möchte sie aber, Frau Labrouillet, bitten, sie haben mehrere Fragen gestellt, dass sie sich bitte auf eine konzentrieren, die ihnen jetzt die wichtigste ist und bitte die auch kurz und knapp formulieren, weil wir haben wirklich so viele Fragen und ich möchte jetzt ungern noch mehr Enttäuschung generieren, sozusagen, als wahrscheinlich eh schon da ist, weil wir nicht alles schaffen werden. Ja, ich will mich ganz knapp halten. Ich finde, ich würde mich gerne auf das beziehen, was Nils Dreyer gesagt hat. Ich finde, also Nils, du spiegelst sehr deutlich, dass du dir die Welt der Unternehmen anguckst und überlegst, was ist da möglich und individuell auch möglich ist und wenn ich mir dann so angucke, die anderen, sage ich mal, Hemmnisse, die halt aus Betroffenen sicht, ich sage das jetzt mal einfach so ganz schwarz-weiß, dann halt nicht möglich ist, zeigt das einfach, dass du gerade anfängst, eine Welt zu öffnen und ich glaube, Menschen mit Behinderung, die das bisher noch nicht erfahren haben und Unternehmen, die es nicht erfahren haben, für die sind solche Mittler unheimlich wichtig, um, ich sage mal, Systeme halt zu verändern. Und was ist die Frage? Die Frage ist, wie bringt man das zusammen? Wie bringt man zusammen das, was Nils Dreyer jetzt wirklich in Berlin und in Bremen macht und die Erfahrungen, die er macht mit dem, was sich halt viele Menschen mit Behinderung in der Bundesrepublik wünschen, nämlich den Zugang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Raul, vielleicht du? Ich habe die Frage auch nicht ganz verstanden, galt sie jetzt dem Nils? Nee, ich glaube, die galt allgemein. Ich glaube, sie will wissen, wie diese Öffnung für Unternehmen zusammengebracht werden soll mit den Hemmnissen von Menschen mit Behinderung, die an sich schon komische Erfahrungen gemacht haben. Also ich glaube, ganz klar, wir brauchen Vorbilder, das stimmt schon, aber Vorbilder alleine reichen nicht. Wir brauchen auch garantiert eine bessere Ausbildung des Personals und Berufsinformationszentren. Das ist wirklich immer noch Haare sträubend, was da teilweise empfohlen und geraten wird. Und dann brauchen wir sicherlich auch Sachen, die in Schulen gezeigt werden. Also dass, wenn wir Schulbücher aufschlagen, auch Menschen mit Behinderung da drin auftauchen, in Berufen zum Beispiel. Ich habe neulich ein Camden Market Englisch-Lernbuch gesehen, wo es einen Feuerwehrmann im Rollstuhl gab. Und ich habe ganz viele Fragen. Aber trotzdem, gibt es der erstmal da. Also ich habe die Frage, wie löst jemand im Rollstuhl Feuer? Aber witzigerweise muss man auch nicht bei der Feuerwehr immer Feuer löschen. Es gibt auch noch andere Tätigkeiten, die man bei der Feuerwehr machen kann. Und diesen Möglichkeitsraum aufzuzeigen, der ist total wichtig. Und ich würde gerne eine mini-mini-Geschichte erzählen, die ich persönlich erlebt habe, als ich zu Besuch in der Förderschule war. Da habe ich die SchülerInnen gefragt, was wollen sie mal machen, wenn sie mit der Schule fertig sind? Und die Lehrerin war gerade nicht im Raum. Das war wichtig für mich. Und dann hat sich eine Schülerin gemeldet und die hat gesagt, sie möchte Dressurreiterin werden. Mit 14 Jahren war das ihre Vorstellung. Ich habe keine Ahnung von Dressurreiten, aber ich hielt es irgendwie für 14 für einen ziemlich definitiven Wunsch. Mit 14 habe ich noch Lego gespielt. Aber sie wollte definitiv Dressurreiterin werden. Und dann wollte ich sie gerade darin bestätigen und dann sagte sie, aber das geht ja eh nicht. Dann habe ich sie gefragt, warum der nicht? Und dann meinte sie, ja, wegen meines Rückens. Das sagen die Lehrer, die Eltern und die Ärzte. Und ich bin kein Pädagoge und kenne mich nicht mit Dressurreiten aus, aber das fielte sich irgendwie falsch an. Weil der einzige Mensch, der doch weiß, ob man etwas kann oder nicht kann, sollte doch die Person selber sein. Und ich habe dann ihr gesagt, pass auf, ich weiß es nicht, ob du das können wirst, aber probiere es aus. Das ist dein gutes Recht, du musst es einfach ausprobieren. Und wenn du merkst, das geht nicht wegen deines Rückens, dann empfehle ich dir, mach auf jeden Fall was mit Pferden, aber werd nicht irgendwie Bürokauffrau, weil die anderen das sagen. Du kannst ja dein Traum trotzdem nahe kommen. Und wie viele Kinder wollen Astronautin werden, und wie viele sind es am Ende geworden. Also die, die es mit 18 noch werden wollen, die machen irgendwas mit Luft- und Raumfahrt, aber sind trotzdem nicht alle Astronautinnen geworden. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir den Leuten zeigen, ja, du wirst vielleicht nicht alles können, aber lebe deinen Traum so gut es geht. Vage zu träumen, also das ist halt genau das, was ich meine. Ich habe das Gefühl, manche Menschen mit Behinderung, und ich will das nicht verallgemeinern, aber vor lauter, dass ihnen so oft aufgezeigt wird, was sie angeblich alles nicht können, wagen nicht mehr zu träumen, wagen nicht mehr sich irgendwie was auszumalen und zu gucken, ob es überhaupt funktioniert und es vor allem mal auszuprobieren, da gebe ich dir absolut recht. Amy, darf ich mich mal gerade da rein muddeln, in die Diskussion an der Stelle? Ja. Also ich mache sehr, sehr häufig ähnliche Erfahrungen mit Gruppen von Kindern und Jugendlichen aus Förderschulen und wenn man fragt, was habt ihr vor mit eurem Leben und die Kinder gerade irgendwie aus sich rauskommen, dann wird häufig von Erwachsenen gesagt, das schaffst du doch aber nicht. Und so ein Standardsatz ist immer, also acht Stunden arbeiten, das wirst du einfach nicht schaffen, ja, so weil wegen Rücken oder weiß der Geier was, so ne. Und meine Erfahrung ist häufig, dass diese Kinder gar nicht so abgespacede Vorstellungen von ihrer Zukunft haben, sondern häufig ganz Durchschnittliches möchten. Also im Handwerk arbeiten, Erzieherin werden, in der Pflege arbeiten oder so, wo man sozusagen ohne länger drüber nachzudenken sagen muss, ja, da wird sich schon was machen lassen, wenn wir mal dran arbeiten. Aber es gibt eben in diesen Strukturen, die wir kennen, häufig diese passende Haltung dazu nicht, die Kinder werden eben nicht empowered, sondern es wird häufig von Anfang an gesagt, was alles nicht geht, anstatt sozusagen darauf zu setzen, was geht. Und, Emi, da hattest du am Anfang ja auch schon gesagt, dass unser gesamtes System, die Einwiederungshilfe und so weiter, das bezieht sich nicht nur auf den Arbeitsbereich, ja häufig, was die Beantragung von Leistung angeht und so weiter, immer darauf setzt, dass wir uns kleiner machen, als wir sind, dass wir behinderter sind, als wir eigentlich sind, damit wir das bekommen, was wir brauchen, um sozusagen unseren Alltag zu bestehen. Und das, finde ich, ist eine ganz grundsätzlich hoch problematische Frage. Und das Zweite, jetzt noch mal ganz spezifisch zum Arbeitsmarkt, was ich feststelle, ist, also es gibt, wie gesagt, ganz viele Instrumente, auf die man zurückgreifen kann, um inklusive Arbeit zu realisieren. Dazu gehört zum Beispiel das persönliche Budget, das Budget für Arbeit und vieles andere mehr. So, und das gibt es auch schon alles sehr lange und ist schon sehr, sehr lange erprobt. Aber wenn ich mir beispielsweise die Bundesagentur für Arbeit in einigen Regionen zumindest, das ist regional auch sehr unterschiedlich, das muss man fairerweise sagen, dann gibt es eher so einen Trend heutzutage, nicht mehr personenzentriert zu arbeiten, sondern Angebote von der Stange zu machen. Ja, also das, was man so mit Ausschreibung riebt ist und für eine, eine für alle. Also wir gucken nicht genau, was brauchst du eigentlich, sondern wir schauen, dass es möglichst günstig ist. Und da sehe ich eine ganz wichtige politische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es tatsächlich auch in den Bundesagenturen nicht mehr nach Statistik in diesem Sinne geht. Und da ist es natürlich viel leichter, Leute in Werkstätten hinein zu beraten, als zu schauen, dass Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt funktioniert. Und da braucht es einen kulturellen Wandel und auch eine politische Ansage. Das würde sehr, sehr helfen, glaube ich. Auf jeden Fall. Haben wir noch Zeit für eine letzte Frage? Weil ich glaube, dann gehen wir nämlich schnurstracks aufs Ende hierzu. Ja, also vielleicht versuchen wir es, vielleicht versuchen wir zwei. Okay, probieren Sie es mal. Weil hier handschließend nämlich eine Frage noch ganz gut passt, nämlich die von Michael Thieke-Benecke, die an das anschließt, Corinna, was du gerade gesagt hast, also dem so ein bisschen Diversität und Vielfalt hier in der Diskussion zu kurz kommt, weil es nicht die eine Beschäftigungsform für den einen Menschen mit Behinderung gibt. Und ob wir nicht mehr, also und auch Unternehmen, nicht das eine Unternehmen, sondern auch da unterschiedliche Vorstellungen herrschen, also die Strukturen und Rahmenbedingungen, ob man da nicht anerkennen muss, dass es viele unterschiedliche Wege gibt, Angebote zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung, die auch parallel existieren dürfen. Ob ihr da zustimmen würdet, vielleicht ganz kurz und dann kommt noch Frau Selig aufs Podium mit ihrer Frage. Da würde ich Corinna jetzt direkt mal bitten, weiterzumachen und die Frage von Herrn Thieke-Benecke zu beantworten. Also ich glaube, das ist der absolut entscheidende Punkt und das zeigt eben, dass Inklusion bei Lichter betrachtet ja auch ein ganz weites Thema ist. Also wir begrenzen es im Moment auf diejenigen, die sozusagen irgendein Begutachtungs-Label auf der Stirn haben oder so. Aber ich sage mal, ganz viele, die wir als Kundinnen in Jobcentern bezeichnen oder so, die bräuchten eigentlich genau das, eine individuelle, personenzentrierte Begleitung. Dafür gibt es, wie gesagt, die Instrumente im Bereich der Eingrufshilfe. Wir müssen sie anwenden und es geht darum, herauszufinden mit den Leuten selber, weil, wo Raul ja absolut recht hat, ist, dass wir eben nicht so paternalistisch sagen dürfen, was wir meinen, was du brauchst oder so, sondern der Mensch muss halt selber entscheiden können, wohin er möchte mit seinem Leben. Und dieser Staat, in Anführungszeichen, ist dann gehalten, eben diesen Weg zu unterstützen. Und ich glaube, das ist dann in der Tat auch zum Wohle aller, wenn man es ein Stück weit ganzheitlich betrachtet. Dann würde ich die Frau Selig bitten, vielleicht auf die Bühne. Ja, da kommt sie. So, hallo. Frau, die Selig Inklusionsbeauftragte Stadt Ludwigsburg. Ich habe Fragen an die Politik zur Ausgleichsabgabe und ich wage zu kritisieren, dass die an sich systemisch schon nicht funktioniert. Wenn ich allein unsere Verwaltung nehme, wir haben 1800 Mitarbeitende, davon sind 150 schwerbehindert. Das heißt, wir erfüllen die Quote mehr als 7%. Eine Handvoll davon sind Menschen mit Behinderung, die sich auf eine Stelle beworben haben und für die dann der Arbeitsplatz entsprechend eingerichtet wurde mit Sehbehindern, Hörbehinderung oder im Rollstuhl. Nicht ein einziger Arbeitsplatz bei der Stadt Ludwigsburg wurde extra geschaffen beziehungsweise wurde so konfiguriert, dass man diesen Arbeitsplatz entsprechend als inklusiven Arbeitsplatz ausschreiben kann. Und wenn ich mit diesem Thema an unsere Personalverwaltung rankomme, dann muss ich da ganz dicke Bretter bohren, weil sie sagen, warum denn wir erfüllen die Schwerbehindertenquote und mehr müssen wir nicht machen. Und das finde ich, ist ein Riesenproblem. Und da wüsste ich gerne zum Beispiel von der Frau Rüffer, ob es da nicht vielleicht andere Möglichkeiten gibt, Unternehmen zu zwingen, in Anführungszeichen. Corinna, da würde ich dich bitten, zu antworten. Also da zeigt sich wieder, dass, also je nachdem, in welches Feld man guckt, die Situation halt ganz unterschiedlich ist. Also im öffentlichen Dienst ist es so, dass das Thema Beschäftigungsquote eben kein Thema ist, weil wir da eine demografische Entwicklung haben, die quasi automatisch dafür sorgt, dass man dadurch, dass Leute chronische Erkrankungen haben etc., die Beschäftigungsquote automatisch erfüllt. Wenn man gerade in den Bereich kleinerer und mittlerer Unternehmen schaut, dann, das hat ich am Anfang gesagt, dann haben wir da sozusagen die wesentliche Ursache dafür, dass wir 25 Prozent beschäftigungspflichtige Unternehmen haben, die niemanden beschäftigen mit mit Behinderung. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber was ich finde, gerade mit Blick auf die öffentlichen Verwaltungen, es gibt ja viele Städte, die sogenannte Inklusionskonzepte auf den Weg gebracht haben, die sozusagen sich eigentlich die unterschiedlichen Bereiche angeschaut haben. Und da aber, wo die eigene Beschäftigungsverantwortung sozusagen mal in den Mittelpunkt rücken sollte, um sozusagen über das hinauszukommen, was als formale Vorgabe im Gesetz benannt ist, da passiert dann ganz wenig. Also es ist nämlich auch wahr, dass sozusagen, und dadurch sind ja auch die geringen Übergänge aus den Werkstätten, aus Förderschulen usw. Also erstmal den Weg in den allgemeinen Arbeitsmarkt hineinzufinden und damit sozusagen auf die Erfüllung der Beschäftigungsquote hinzuwirken, das passiert kaum. Und ich glaube auch, dass wir da sozusagen genauer hinschauen müssten, ob man andere Hebel findet, die besser funktionieren als die Ausgleichsabgabe, das heute in der Lage ist, zumal das zum Teil natürlich auch ein ganz anachronistisches Instrument ist. Und ich eigentlich meine, dass man das, was aus der Ausgleichsabgabe wesentlich finanziert wird, also nämlich Inklusion über Exklusion zu finanzieren, sowieso höchst fragwürdig ist. Also da müsste man sozusagen eigentlich zu einer steuerfinanzierten Lösung kommen. Also ich finde auch, dass man sich die Ausgleichsabgabe nochmal sehr genau anschauen muss, und zwar in verschiedener Hinsicht. Vielen Dank. Also das sehe ich sehr, sehr ähnlich, muss ich sagen. Ich war nie so ein, ich war immer ein bisschen zwiegespalten zur Ausgleichsabgabe, vor allem wenn ich die Konzepte in Amerika, England oder Schweden mehr begucke. Und wo es halt auch ohne sehr gut funktioniert und teilweise genauso gut oder besser als in Deutschland, wo ich dann denke, vielleicht kann man das, vielleicht ist sie gar nicht mehr so zeitgemäß, so wie sie jetzt ist. Haben wir noch Zeit für eine ganz kurze Frage, die, glaube ich, kurz zu beantworten ist, damit wir noch eine Frage wenigstens schaffen? Okay, dann schießt. Also ich habe Zeit. Nur die Frage von Katrin Wahlen vielleicht noch, ob es aus eurer Sicht irgendeine Gefahr einer Negativentwicklung gibt, wenn Menschen in den Werkstätten einen Mindestlohn bezahlt bekämen. Ja, aber Raul wollte zuerst was sagen, aber es gibt etwas, was man bedenken muss aus meiner Sicht. Dann erst Raul, dann du. Also, ich glaube, ich meine eine andere als die Corinna meint, da ergänzen wir uns vielleicht super, aber ich sehe die Gefahr, dass wenn wir sagen, Mindestlohn für Menschen in den Werkstätten, dann schließen wir vielleicht auch mehr aus. Also Menschen könnten noch mehr als sie Mindestlohn verdienen dürfen und nicht alle Mindestlohn, weil dann haben wir die Latte einfach nur ein bisschen verschoben. Aber es gab Corinna meint noch was anderes. Also, das meine ich auch. Also wir haben in unserem Wahlprogramm damals gefordert, tatsächlich dahin zu kommen, Werkstätten zu Inklusionsunternehmen weiterzuentwickeln und da sozusagen mindestens den Mindestlohn anzusetzen, also damit keine Deckelung zu schaffen. Das ist also schon ein Punkt, den ich auch sehe. Aber je nachdem, welches Modell man hier wählen würde, bin ich der Meinung, müssen wir sehr, sehr gut darauf achten, dass wir nicht durch die Einführung eines Mindestlohns dieses exkludierende System der Werkstätten noch weiter stabilisieren. Ja, deswegen glaube ich, kommt es sehr darauf an, wie wir damit umgehen. Also das, worüber wir reden, so der gerechte Lohn und der muss mindestens auf Mindestlohnhöhe ausfinanziert sein, das ist auch meine Meinung, darf aber nicht dazu führen, dass sozusagen weitere Hemmnisse in Richtung allgemeiner Arbeitsmarkt aufgebaut werden und die Gefahr sehe ich durchaus. Dann würde ich sagen, ich fasse kurz zusammen. Ich glaube, wir haben noch einen sehr weiten Weg vor uns in Deutschland, aber ich denke, dass wir ihn zumindest angefangen haben zu gehen. Und ich freue mich, dass es so viele Menschen gibt, wie Corinna Rüffer, wie Raul Krauthausen, wie Nils Dreyer, die daran arbeiten, es besser zu machen. Ich denke, Steine gibt es genug, aber es ist schön zu wissen, dass es eine Initiative nach vorne geht. In diesem Sinne will ich mich ganz herzlich bei den drei Gästen bedanken. Ich will mich vor allem aber auch bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an einem Montagnachmittag hier zu sitzen und uns zuzuschauen und zuzuhören. Und ich will mich zu guter Letzt natürlich auch bei Tim Nezere und Dorothee Schulte-Bastab und unser Technikteam bedanken, die es mir als Moderatorin echt erleichtert haben und mein Leben etwas vereinfacht haben heute. Und würde sagen, ich verabschiede mich und wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Nachmittag. Tschüss.